Silvester. Ich habe ja nicht schlecht gestaunt, als diese kleinen Kinder plötzlich neben mir anfingen zu hüpfen. Damals an Silvester auf den Philippinen in einem kleinen Dorf La Fortuna in der Nähe von Butuan City. Warum hüpfen die, habe ich gefragt und kriegte auch prompt eine Antwort. Naja, bei uns in der Tradition ist es so, dass man sich das, was man sich wünscht, tut am Silvesterabend. Und die Kinder wollten eben größer werden. Silvester, das ist eigentlich ein Tag wie jeder andere. Nichts großartig müsste eigentlich passieren, denn am nächsten Tag geht doch alles seinen normalen Gang. Aber Silvester wird dann besonders, wenn wir die Chance nutzen, die dieses Fest bereithält. Nämlich zu schauen, was war im vergangenen Jahr und was könnte vielleicht an Neuem entstehen im neuen Jahr. Es ist ein ganz bewusstes Reflektieren, wo stehe ich eigentlich gerade in meinem Leben. Und als Christen und Christen leben wir in der Hoffnung und in dem Vertrauen darauf, dass wir immer wieder neu anfangen dürfen. Immer wieder neu beginnen dürfen, uns immer wieder neu entwickeln und neu erfinden dürfen. Von daher ist für uns Christinnen und Christen Silvester auch ein wichtiges Fest. Es ist Abschied nehmen, aber eben auch die Chance, nochmal komplett neu zu beginnen. Wo möchtest du neu beginnen nächstes Jahr? Was hast du dir vorgenommen? Was möchtest du weiter pflegen und was möchtest du vielleicht auch abgeben? Das könnten Gedanken sein, die du dir an diesem Abend stellst. Und ob du dann hüpfst oder ob du dann plötzlich Geld herumwirfst, weil du etwas mehr davon haben möchtest, das sei dir ganz alleine überlassen. Frohes neues Jahr! do vraagst du hinter